Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer neun Bad Metalhead. Heute mit einer Runde der Happy Wheels und hab ja lange nicht mehr gespielt und deswegen hab auch E-Mails von euch bekommen, dass ich mal wieder Happy Wheels spielen soll und ja, da ich auf euch höre, mache ich das auch gerne. Ja, fangen wir hier mit der ersten Map an, Freefall. Fangen wir mal an. Oh, jetzt mach dich dünn, du geh dazwischen. Arschbombe. Batsch, Schätschot. Arschbombe. Arschbombe. Ähm. Jetzt mach doch. Bam. Ich hab mein Felt auf, ich hab aber kein Ton. So, jetzt. Ich hab mein Felt auf, ich hab mein Felt auf, ich hab mein Felt auf, ich hab mein Felt auf. Oh, voll in Nisse. Baaah. Like a boss. So, jetzt noch weiter, neun Dominos. Ich hab mein Felt auf, ich hab mein Felt auf. Ey, das ist der Justin Bieber, die Schwuchtel. Komm her, du Bitch. Ich hab mein Felt auf, ich hab mein Felt auf, ich hab mein Felt auf, ich hab mein Felt auf. Oh, oh oh oh. Ah! Ich hab's gewonnen. Jetfort Challenge. Hört sich ja sehr interessant an. Ahhhh, fang. Ahhhh! 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 Ah, hab dich. Droh auch nicht. Nicht festhalten, Affe! Nicht festhalten, Affe. Nicht festhalten! Oh, oh, oh. Das war knapp. Das war knapp. Au. Lass doch! Lass! Scheiße! Verdammt. Schwambe! Aaaaaaah! Ja. Nochmal. So was haben wir hier noch so schönes? Irgendes Spike vor. Eine Vainia, der gewinnt fast immer. Scheiße. Ähm, ja. Genau, wir nehmen den Weihnachtsmann. Genau. Das sieht... sehr schmerzhaft aus. Egal. Aber... Someone also schmerzhaft aus. What do Creepers do? Hugs... Eggs... Ous. Wie... How do you make...? Picks. All right. Cents. You made a man. What? How do you make...? Oh, man. Oh... Oh... That. das komisch ein bisschen und mit dem mit st wo so was haben wir noch so toll beim ersten mal schon gefunden klasse ich sehe irgendwie irgendwie ist mein mikro leise hallo das falsche mikro wieder ich haue es aufs mikro vom headset nichts passiert ganz toll da stellt man alles schön ein und bereitet alles vor und dann scheiß technik ach man rennt ist das backflip double backflip auch ähm toll genug scheiße ja so klar absolut logisch hier kannst bei jimmy bleiben wups backflip hey jetzt verarsch mich nein nein schon schon au und nicht schon wieder ich drücke mal die falsche taste scheiße au auf 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 Wichtum und so schön den Jörg wo er das St St Zubel Kirsten die Null ist jetzt verwecken los von dem zu besuchen die Schlampe da oben zu treffen dann los oh ha, headshot und ihn da hinten noch Kopfhörs ja, und dann nochmal viel Axtarm und, und, und ja ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich Gäh, mschmc ah geht doch genau, bringt dich ja auch a problem ch 4 das macht er jetzt die Hälfte sich vermies die Nippel lol schon klar nochmal auch ich werde tot erstens von mir ähm ja warum auch nicht wieso steckt der Sohn bei ihm im Rücken drin, ne? schon klar, ey na los super na los, na los, na los, na los, na los, na los, ja, 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 oh, fass, schlampft, du scheiße ich hab das Gefühl, dieses Level schaff ich leider nicht Spinning Glass, okay wir haben natürlich Center und alle ich bin der wir haben ich bin der kom ich kann ich bin der sehr Das ist ein Problem. Dennoch hast du einen Schweres. Au! Da habe ich einen Problem. Wir haben einen Problem. Oder wollen wir? Au! Ho ho ho! Ho ho ho! Warte. Autsch. 6 ich bin Prozent Prozent und nun ex Bokobob Bokobob Prozent schaft die schafft das ja 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 mal die verdammt mach was anderes nicht mich los Timmy du schaffst das und ich bin tot damn nicht das wollte ich jetzt nicht war haben das ist so dermaßen scheiße ich will dieses level noch schaffen diese paar meter ja das war's für heute ich werde die nächste zeit auch noch mehrere videos hochladen das stimmt jetzt leiten könnte und bis dahin auf wiedersehen